Als Kind war ich immer ein Fan von Glühwürmchen. Ich liebte es, mit meinen Eltern auf dem Waldpfad zu laufen, welcher zu meinem alten Haus führte, um Glühwürmchen zu beobachten. Die Farben und die Anzahl waren atemberaubend. Grün und Gelb. Schon immer meine Lieblingsfarben. Manchmal habe ich mich nach der Schlafenszeit rausgeschlichen, um noch ein paar Minuten diese farbliche Wunder zu bestaunen. Allerdings kam eines Tages die Nachricht in Briefform, dass wir uns das Haus nicht mehr leisten können und drei Wochen Zeit haben, um das Haus mit allen Möbeln außer die Kücheneinrichtung zu verlassen. Mir liefen die Tränen in die Augen. Wieso ich? Meine Mutter sagte, dass wir uns was in der Innenstadt suchen werden, da es da billiger wäre und wir so mehr Geld für private Dinge hätten, wie Lebensmittel oder für einen professionellen Friseur. Ich fand die Idee mit verlaufender Zeit immer besser, da ich schon gerne öfters was Farmes zu essen hätte und die Frisur, die meine Mutter für stylisch hält, war zuletzt 1990 im Trend. Ich habe über diese drei Wochen jeden Abend meine Eltern angefleht, noch einmal die Glühwürmchen zu betrachten, doch meine Eltern dachten sich, wenn sie es mir jetzt schon verbieten, fällt der endgültige Abschied nicht so schwer. Ich bin ein Tag kurz vor dem Fristablauf um Tag des Umzugs bin ich abgehauen und habe mich auf der Lichtung in der Nähe meines Hauses versteckt. Ich wollte bei den Glühwürmchen übernachten, doch mein Vater fand mich nach circa einer Stunde in der Wiese verträumt im Halbschlaf. Er trug mich nach Hause und legte mich ins Bett. Am nächsten Tag war es soweit. Der Tag des Umzugs. Mir wurde schlecht beim Gedanken, dieses Haus nie wiederzusehen. Das Haus, die Erinnerungen, die Glühwürmchen. Die würde ich am meisten vermissen. Ich werde nie vergessen, wie mein Vater mal aus Versehen eins gegessen hat oder wie meine Mutter anfangs dachte, dass sie gefährlich sind und ihr Licht mich vergiften würde. Ich liebte es, meinen Eltern was über Glühwürmchen zu erzählen. Nun ist das für immer vorbei. Der erste Tag in meinem neuen Zimmer verstrich und ich fühlte mich immer unwohler. In der Nacht flog ein Glühwürmchen in mein Zimmer. Ich betrachtete es, als hätte ich noch nie in meinem Leben ein Glühwürmchen gesehen. Ich erinnerte mich an all die Momente in meinem Leben, welche ich nie wieder erleben werde. Ich wurde wütend. Ich nutzte es aus, dass das Glühwürmchen still und regungslos auf meinem Tisch saß. Ich lief langsam drauf los und zerquetschte es nach einem kurzen Zögern mit einem Spielzeugauto. Ich habe es nicht bereut. Warum auch? Das Wichtigste in meinem Leben wurde mir genommen. Ich war immer noch wütend, doch danach wurde ich traurig, habe geweint, so dass es meine Eltern nicht mitbekommen. Die Zeit verging. Ich beendete meine Schule und entdeckte während meiner Ausbildung mein Talent für das Geschichtenschreiben. Ich verfasste gegen Ende meiner Ausbildung ein Buch. Mein Leben unter den Glühwürmchen. Ich schrieb in dem Buch über die Geschichten, welche ich erlebt hatte und wie sie mein Leben verändert haben. Therapeuten dachten sich die sogenannte Glühwürmchen-Therapie aus, bei denen die Patienten sich in einem Raum mit Glühwürmchen wiederfinden und so Aggressionsprobleme in den Griff bekommen. So verdiente ich genug Geld, mein altes Haus zurückzukaufen. Ich kam in meinem neuen alten Zuhause an. Ich lagerte alles in die Räume ein und begab mich nach draussen. Ich wollte sie noch einmal sehen, die Glühwürmchen. Ich begab mich zur Lichtung. Da waren sie. Grüne und gelbe Lichter tanzten über die Wiese und liessen mich in einen Tagtraum der Nostalgie fallen. Traumhaft. All diese Farben. Grün und gelb. Und... Rot? Seit wann gibt es robte Glühwürmchen? Ich betrachtete es näher und scheinbar wollte es auf mich zufliegen. Es landete auf meiner Schulter und ich versuchte es zu betrachten. Dann biss es mich. Ich wusste nicht, dass Glühwürmchen entbeissen können. Es war nur ein kleines Wesen und doch tat der Biss höllisch weh. Ich ging nach Hause und wollte mich hinlegen. Ich machte mich bettfertig, schloss mein Handy an das Ladekabel an und schaute auf meinen Wecker. 2 Uhr 33 Ich wurde so müde und ehe ich es mir versah, schlief ich ein. Ich wachte auf der Lichtung auf, um mich herum Glühwürmchen. Sie flogen umher und da war es wieder. Das rote Glühwürmchen. Es flog schneller als die anderen und dann sah ich noch eins und noch eins und noch eins. Nach einer kurzen Zeit waren alle rot. Sie flogen wie eine zylinderförmige Wand um mich herum. Ein paar flogen mir ins Gesicht und versuchten durch meine Nase in meinen Körper zu gelangen. Manche versuchten sich durch meine Haut zu bohren. Ich spürte, wie sie meine Innereien fressen. Es war nur ein Traum und doch waren es Schmerzen von ungeheurer Stärke. Ich spürte, wie mich die Lebenskraft verlässt und das Letzte, was ich mitbekam, war, als sie begannen, mein Herz zu verspeisen. Ich wurde wach. Schweißgebadet und mit Phantomschmerzen versuchte ich, mich zu beruhigen. Als ich einen klaren Gedanken fassen konnte, schaute ich auf die Uhr. 2.33 Uhr. Was? Ich habe doch geschlafen. Wie kann das sein? Es ist keine Minute vergangen. Plötzlich sah ich, wie sich die Ziffern bewegten. Es waren kleine rote Punkte. Es waren Glühwürmchen. Dann fiel mir ein, dass der Wecker noch gar nicht eingesteckt war. Es waren glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020